Maria ist gerade im Einkaufszentrum und ist auf der Suche nach einem Geschenk für ihren Freund. Sie sind schon zehn Jahre zusammen. Sie weiß nicht, was sie kaufen soll, denn ihr Freund ist sehr wählerisch. Zum letzten Geburtstag hat sie ihm einen schönen Pullover gekauft, aber er hat ihn zurückgebracht und umgetauscht. Darüber war Maria gar nicht glücklich. Heute will sie ihm eine teure Uhr kaufen. Sie hat aber vor keinen Umtausch mit der Verkäuferin zu vereinbaren, weil ihr genau diese Uhr sehr gefällt und zu ihm passt. Am Abend, bevor die Gäste kamen, hat Maria ihrem Freund das Geschenk gegeben und er packt es langsam aus. Sie ist sehr gespannt. Als er die Uhr sieht, springt er vor Freude und umarmt sie. Er bedankt sich bei Maria und sagt, dass ihm das Geschenk sehr gefällt. Als die Gäste gekommen sind, hat der Freund von Maria allen seine neue Uhr gezeigt. Und Maria freut sich, dass sie dieses Mal das richtige Geschenk gekauft hat. Und dann wird ihr klar, dass sie nächstes Jahr wieder dasselbe Problem haben wird. Und zwar das richtige Geschenk für ihren Freund zu finden. Maria ist gerade im Einkaufszentrum und ist auf der Suche nach einem Geschenk für ihren Freund. Maria ist gerade im Einkaufszentrum und ist auf der Suche nach einem Geschenk für ihren Freund. Sie sind schon zehn Jahre zusammen. Sie sind schon zehn Jahre zusammen. Sie sind schon zehn Jahre zusammen. Sie weiß nicht, was sie kaufen soll, denn ihr Freund ist sehr wählerisch. Zum letzten Geburtstag hat sie ihm einen schönen Pullover gekauft, aber er hat ihn zurückgebracht und umgetauscht. Zum letzten Geburtstag hat sie ihm einen schönen Pullover gekauft, aber er hat ihn zurückgebracht und umgetauscht. Zum letzten Geburtstag hat sie ihm einen schönen Pullover gekauft, aber er hat ihn zurückgebracht und umgetauscht. Zum letzten Geburtstag hat sie ihm einen schönen Pullover gekauft, aber er hat ihn zurückgebracht und umgetauscht. Darüber war Maria gar nicht glücklich. Heute will sie ihm eine teure Uhr kaufen. Darüber war Maria gar nicht glücklich. Heute will sie ihm eine teure Uhr kaufen. Heute will sie ihm eine teure Uhr kaufen. Darüber war Maria gar nicht glücklich. Heute will sie ihm eine teure Uhr kaufen. Sie hat aber vor keinen Umtausch mit der Verkäuferin zu vereinbaren, weil ihr genau diese Uhr sehr gefällt und zu ihm passt. Sie hat aber vor keinen Umtausch mit der Verkäuferin zu vereinbaren, weil ihr genau diese Uhr sehr gefällt und zu ihm passt. Sie hat aber vor keinen Umtausch mit der Verkäuferin zu vereinbaren, weil ihr genau diese Uhr sehr gefällt und zu ihm passt. Am Abend, bevor die Gäste kamen, hat Maria ihrem Freund das Geschenk gegeben und er packt es langsam aus. Am Abend, bevor die Gäste kamen, hat Maria ihrem Freund das Geschenk gegeben und er packt es langsam aus. Am Abend, bevor die Gäste kamen, hat Maria ihrem Freund das Geschenk gegeben und er packt es langsam aus. Sie ist sehr gespannt. Als er die Uhr sieht, springt er vor Freude und umarmt sie. Sie ist sehr gespannt. Als er die Uhr sieht, springt er vor Freude und umarmt sie. Er bedankt sich bei Maria und sagt, dass ihm das Geschenk sehr gefällt. Er bedankt sich bei Maria und sagt, dass ihm das Geschenk sehr gefällt. Er bedankt sich bei Maria und sagt, dass ihm das Geschenk sehr gefällt. Er bedankt sich bei Maria und sagt, dass ihm das Geschenk sehr gefällt. Als die Gäste gekommen sind, hat der Freund von Maria allen seine neue Uhr gezeigt. Als die Gäste gekommen sind, hat der Freund von Maria allen seine neue Uhr gezeigt. Als die Gäste gekommen sind, hat der Freund von Maria allen seine neue Uhr gezeigt. Und Maria freut sich, dass sie dieses Mal das richtige Geschenk gekauft hat. Und Maria freut sich, dass sie dieses Mal das richtige Geschenk gekauft hat. Und Maria freut sich, dass sie dieses Mal das richtige Geschenk gekauft hat. Und dann wird ihr klar, dass sie nächstes Jahr wieder dasselbe Problem haben wird. Und zwar das richtige Geschenk für ihren Freund zu finden. Und zwar das richtige Geschenk für ihren Freund zu finden. Und zwar das richtige Geschenk für ihren Freund zu finden. Und zwar das richtige Geschenk für ihren Freund zu finden. Ich wünsche mir zum nächsten Mal. Vielen Dank.